So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich teste für euch heute die Vegas Vulcanus von Leslie. Sie haben 30 Gramm NEM, das entspricht 7,5 Gramm NEM pro Fontäne, also wirklich kleinen Vulkan und das ist das maximalste was erlaubt ist in Klasse 1. Bis gleich zur Zündung. So, nun für euch die Vegas Vulcanus, die zwei Gelben. Kurz und schön. Nun für euch die roten. Sehr, sehr schöne Teile. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.